Ich danke für alle Übersetzerinnen und Übersetzer. Es war eine schwierige Zeit über ein Jahr lang, immer zu übersetzen. Ja, weil es gibt eine Unterschiede in den Sprachen. Ich beginne damit, Gott dafür zu danken, für alle von euch, für jeden Einzelnen von euch. Für jeden Einzelnen von euch. Denn jeder von euch ist so wertvoll im Angesicht Gottes. Und ihr seid ein Geschenk für uns. Danke. Danke für eure Liebe. Für alles, was ihr getan habt für uns. Und ich glaube, dass diese Gemeinde, die der Herr hier begonnen hat, hat eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft. Und ich glaube, dass der Heilige Geist hier mehr am Werk sein kann. Denn die Absicht der Gemeinde ist, dass der Herr Jesus der Herr ist. Also wir sind die Menschen, ihr seid die Menschen, die den Herrn Jesus Christus wirklich erlauben müssen, Herr zu sein. Der Herr über die Gemeinde, der Herr über Innsbruck und über ganz Tirol. Also das ist so wichtig. Tirol braucht den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann wahre Erweckung bringen. Das wahre Feuer Gottes hier. Und es gibt heute so viele Dinge zu sagen. Aber ich versuche, mich nur auf das Wichtigste zu beschränken. Denn es ist der letzte Gottesdienst für Blamen. Natürlich hoffen wir, dass der Herr die Türen öffnen wird, dass wir immer wieder kommen können. Und um hier zu dienen. Aber das Wichtigste ist, dass der Herr Jesus Christus hier ist in dieser Gemeinde. Durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen wurde der Heilige Geist gegeben. Dass wir nicht von Menschen abhängig bleiben. Aber dass wir nur von Gott abhängig sind. Und ich möchte mich bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Und ich möchte mich bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Denn wir fühlen uns als Privilegierte. Dass wir hier sein durften. Und dass ihr unsere Freunde seid. Wir haben vor ungefähr eineinhalb Jahren begonnen. In der Wohnung von Marion. Sie ist jetzt gerade bei den Kindern draußen. Ich weiß, sie hat sehr dicke Wände. Und deswegen war das sehr vorzugsweise für Befreiung. Denn wenn die Geister aufschreien. Dann konnte das außerhalb der Wohnung zum Glück niemand hören. Und ich glaube, dass der Herr dort ein gutes Werk getan hat. Und danach sind wir in den anderen Raum dort gegangen. Und dann später in diesen Raum. Und natürlich haben wir auch in dem Haus von Wilfried gewohnt. Und wir sind dankbar für die Gastfreundschaft. Und wir hatten auch Hauskreise dort. Manchmal wurde es etwas lauter. Aber es war eine gute Zeit. Und ihr erinnert auf alle. Ja, das war eine sehr gute Zeit. Wir preisen den Herrn dafür. Ich glaube, dass die Gemeinde am Weg ist. Es ist jetzt nicht das Ende, sondern es ist erst der Anfang. Und ich möchte auch sagen, dass wir während dieses Aufenthaltes durch einige schwere Zeiten gegangen sind. Wir wurden attackiert. Ja, einige Briefe haben gegen uns geschrieben. Es war eine wirklich schwere Zeit für uns. Aber preis sei dem Herrn, der uns immer den Sieg gibt. Durch Jesus Christus. Und der größte Sieg ist Vergebung. Also der Herr schenkt uns Vergebung. Und wir haben die Entscheidung getroffen. Und wir haben aus tiefstem Herzen vergeben. Also ist alles gereinigt. Und das ist ein Neubeginn. Ja, manchmal ist es nicht leicht. Manchmal ist es nicht leicht. Aber wie in der Bibel steht, erlaube den Bösen nicht, dass es dich überwindet. Aber du überwinden das Böse durch das Gute. Also das ist eine Lektion. Auch Jesus Christus am Kreuz. Er musste sagen, Vater. Er musste sagen, Vater, vergib ihnen. Auch er musste sagen, Vater, vergib ihnen. Weil sie nicht wussten, was sie getan hatten. Und so müssen wir auch dasselbe sagen. Und manchmal mag das nicht leicht sein. Aber wir müssen seinem Beispiel folgen. Also danke ich jedem, der uns in dieser schwierigen Zeit beigestanden ist. Weil manchmal, wenn du durch etwas hindurch gehst, es ist nicht einfach, dass jeder versteht, was gerade abgeht. Ja. Aber obwohl nicht alle, bis in letzter Konsequenz, alles verstanden haben, haben wir das Gefühl, dass die Menschen uns geholfen haben. Also danken wir allen unseren Freunden. Und dann möchte ich euch sagen, dass wenn wir gehen, nach Spanien zurückgehen. Und ich möchte euch auch mitteilen, dass wenn ihr jetzt nach Spanien zurückgehen. Wir werden auch den Kontakt und die Freundschaft mit euch nicht aufbrechen. Aber wir können zumindest einen guten Kontakt über Internet haben. und über Telefon. Und auch über unsere Besuche, die hier wieder stattfinden. Aber jeder, der Kontakt oder Information über uns oder mit uns möchte, der ein Anliegen oder Nöte hat, zum Beispiel für ein Gebet oder einen Rat braucht. Ihr seht, es gibt hier eine Gemeinde. Und es gibt eine Leidenschaft in dieser Gemeinde. Und es gibt auch Älteste in dieser Gemeinde. Wir preisen den Herrn dafür. Und ich glaube, es wird noch wachsen in der Zukunft. Und ich glaube, es wird noch wachsen in der Zukunft. Jetzt haben wir zwei Ältere, ihr wisst, Bruder Rudi und Bruder Peter Haidt. Ihr könnt sie fragen oder anrufen, Ratfragen oder was auch immer. Natürlich könnt ihr die Kontaktinformation nutzen und mich auch anrufen. Wenn ich auch körperlich nicht anwesend bin, bedeutet das nicht, dass ich nicht geistlich anwesend bin. Denn es ist etwas zwischen uns passiert und nichts kann es ändern. Und das kann uns niemand nehmen. Wir sind eins. Auch wenn wir an verschiedenen Orten sind. Also, wenn ich euch helfen kann, ich euch helfe. Aber bitte, bitte, glaubt, dass Jesus Christus in der Gemeinde ist. Aber bitte glaubt, dass Jesus Christus in der Gemeinde ist. Und dient ihm. Und dient ihm. By ministering one to another. Indem er einander dient. Ihr seht, wir können Jesus zwar nicht sehen, aber wir können ihn lieben, indem er unsere Brüder und Schwestern lieben. Und alles, was du für deine Brüder tust, das tust du für Jesus. Und alles, was du für deine Brüder tust, das tust du für Jesus. Deswegen hat er uns befohlen, einander zu lieben. Nicht, dass wir einander kritisieren. Von der Welt werden wir gelehrt, einander zu kritisieren. Aber Gott möchte uns lernen, wie wir einander lieben. Auch wenn wir verschieden sind. Auch wenn wir ein unterschiedliches Verständnis über die Bibel haben. Es kann sein, dass wir nicht das gleiche Verständnis haben. Jeder hat eine etwas unterschiedliche Offenbarung. Denn niemand kann Gott völlig verstehen. Denn niemand kann Gott zur Gänze verstehen. Also schauen wir alle aus verschiedenen Perspektiven. Es sieht ein bisschen anders aus. Aber wir müssen lernen, wie wir in Einheit leben. Und in Liebe. Es ist nicht schlimm, dass wir unterschiedlich sind. Und in Liebe ist das größte. Und Liebe ist nicht nur ein Wort. Es ist ein Geist. Gott ist Liebe. Und Liebe ist Tat. Es ist nicht nur ein Wort. Also wenn wir lernen, wie wir einander lieben können. Wir leben in Gott und Gott abides in uns. Was brauchen wir mehr? Aber es gibt hier etwas Wichtiges. Damit wir einander lieben können, müssen wir zuerst die Liebe vom Vater entformen. Und jeder von uns braucht diese Offenbarung. Wie wir die Liebe des Vaters empfangen können. Wie wir die Liebe des Vaters empfangen können. Denn Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also es ist nicht leicht, zum Vater zu kommen. Wir brauchen jemanden als Vermittler, um zum Vater zu kommen. Und nur durch ihn kommen wir zum Vater. Und wenn wir zum Vater kommen, dann beginnen wir den Vater kennenzulernen. Dann beginnen wir den Vater kennenzulernen. Ihr seht in Johannes 17,3 Jesus sagt, das ist das ewige Leben. Denn Jesus ist das ewige Leben. Denn Jesus ist das ewige Leben. Jesus Christ ist das ewige Leben. Jesus Christ ist das ewige Leben. Das ewige Leben ist eine Person. Es ist nicht ein Ereignis. Es ist eine Person. Wenn du ihn hast, hast du das Leben. Und wenn du ihn nicht hast, hast du das Leben nicht. Also ist das Leben von ihm abhängig. Also ist das Leben von ihm abhängig. Ihr wisst, in 1. Johannes 1 Apostel Johannes 1 hat John gesagt, dass sie das ewige Leben gesehen haben. das sich manifestiert hat. Und das ist Jesus. Also er ist das ewige Leben. Und wir müssen danach trachten, ihn kennenzulernen. Manchmal möchten wir die Bibel kennen. Und das ist auch gut so. Aber das ist nicht genug. Denn wir müssen auch den Altar der Bibel kennen. Wir müssen auch den Altar der Bibel kennen. Wir müssen ihn kennen, der die Bibel geschrieben hat. Und wir müssen ihn kennen, über den die Bibel geschrieben wurde. Und wir müssen ihn kennen, über den die Bibel geschrieben wurde. Der Unterschied ist zwischen der Person und dem Buchstaben der Person. Und du hast den Brief empfangen. Du hast den Brief empfangen. Du hast den Punkt empfangen. Du hast den Brief empfangen. Du weißt, ich liebe den Brief. Und du liebst nur den Brief oder das Buch. Aber du liebst den Autor des Briefes. Aber du liebst den Autor, den Schreiber dieses Briefes. Also der Autor ist wichtiger als das Buch oder der Brief selbst. Also wenn wir die Bibel lesen, Wir müssen ihn verstehen oder kennen, der das Wort geschrieben oder gesprochen hat. Und wir müssen diese Person kennenlernen. Wir müssen den Charakter dieser Person kennenlernen. Wir müssen sein Herz kennenlernen. Wir müssen wissen, was er liebt. Was er hasst. Was ihn glücklich macht. Was ihn traurig macht. Was ihn traurig macht, deprimiert. Also das ist sehr wichtig. Das heißt, wir müssen mit ihm die Beziehung entwickeln. Sie wissen, es geht nicht so sehr darum, den Befehlen zu gehorchen. Sondern mit ihm eine Beziehung zu entwickeln. Deswegen lautet er das erste Gebot auf Liebe Gott. Das ist das erste Gebot. Das ist das erste Gebot. Das ist das erste Gebot. Das ist ein sehr starkes Gebot. Ich befehle dir, mich zu lieben. Es ist ein Befehl, aber voller Liebe. Es ist zwar ein Befehl, aber voller Liebe. Denn er hat uns zuerst geliebt. Denn er hat uns zuerst geliebt. Als ich noch nicht geboren wurde. Und ihr noch nicht geboren war. Wir wussten nicht einmal, dass wir geboren werden. Ich wusste nicht, dass ich in Bulgarien geboren werde. Und auch ihr habt nicht gewusst, wo ihr geboren werdet. Er liebt uns. Und er hat uns seinen Sohn schon gegeben, bevor wir geboren wurden. Das ist Gnade und das ist Liebe. Und dann hat er jemanden gesendet, der zu mir das Wort gesprochen hat. Und auch zu euch. Weil er euch liebt. Wegen Liebe. Und dann haben wir verstanden, dass sein Sohn für uns gestorben ist. So wie es in Johannes 3, 16 geschrieben steht. Gott hat die Welt so sehr geliebt. So sehr. Hat jeden von uns geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Dass wer, der in ihn glaubt, nicht mal verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also er hat uns seinen Sohn gegeben. Wir haben dafür nicht bezahlt. Wir haben kein Ticket dafür bezahlt. Er kam auf die Erde. Er hat ein Leben so wie wir gelebt. Er hat ein Leben so wie wir gelebt. Er hätte nicht so leben müssen. Aber er hat es für uns getan. Und dann hat er all unsere Schwachheiten auf sich genommen. Ja. Und all unsere Sünden. Er hat sie auf sich genommen. Und er wurde bestraft. Nicht für seine Sünden, sondern für unsere Sünden. Das ist eine große Liebe. Er ist gestorben und von den Toten auferstanden. Weil er das Leben ist. Er hat gesagt, ich bin das Leben und die Auferstehung. Das macht die Dinge so einfach. Du hast Jesus. Du hast das Leben. Das ist nicht kompliziert. Also preisen wir den Herrn dafür. Wir brauchen einfach nur Jesus. Wenn du Jesus hast, dann hast du auch die Auferstehung. Die Auferstehung der Gerechten. Und das ist wunderbar. Er hat seine Liebe dadurch gezeigt, durch das, was er getan hat. Und dann hat er uns ein Geschenk gemacht. Das größte aller Geschenke. Den Heiligen Geist. Damit er in unseren Herzen lebt. Damit er uns Kraft gibt. Damit wir die Sünde überwinden können. Damit wir Kraft über den Teufel haben. Und dass wir Kraft über unser eigenes Fleisch bekommen. Und auch Kraft zu lieben. Denn in der Bibel steht auch, dass die Liebe ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Er hat seine Liebe gezeigt. Und jeder von uns hat einen Vater. Wir sind keine Weisen mehr. Und die Welt ist wie ein Weisenhaus. Aber wir sind keine Weisen. Wir haben einen Vater. Auch wenn jeder dich ablenkt. Gott dich liebt. Er ist dein Vater. Und wir sind in Jesus akzeptiert. Wir sind in Jesus akzeptiert. Gerecht gesprochen. Also, Jesus wurde am Kreuz abgelehnt. Jesus wurde am Kreuz abgelehnt. Und abendet. Ja. Und wurde auch vom Vater verlassen. Verlassen, ja. Damit wir zu Söhnen und Töptern von Gott werden. Ihr erinnert euch, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Vater, vergib ihnen. Okay. Nicht dieser. Er sagte am Kreuz, mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat nicht gesagt, mein Vater. Er hat gesagt, mein Gott. Er hat gesagt, mein Gott. Das ist interessant. In diesem Moment hat der Menschensohn gesprochen. Er hat in der Rolle eines Menschen gesprochen. er vom Vater abgelehnt wird. Damit wir an seiner Stelle akzeptiert werden. Damit wir an seiner Stelle akzeptiert werden beim Kreuz. Also er hat am Kreuz alles Negative erfahren. Damit wir all das Gute von Gott empfangen können. Also ist er das Zentrum. Also ist er das Zentrum. Und wir müssen an das denken. Es gibt viele Wahrheiten in der Bibel. Aber jede Wahrheit in der Bibel, wenn sie überbetont wird, kann sie zu einer falschen Lehre werden. Aber wenn wir den Sohn Gottes betonen. Aber wenn wir den Sohn Gottes betonen. Wir werden niemals in falsche Lehren geraten. Wir werden niemals in falsche Lehren geraten. Lasst uns zum Beispiel über Heilung sprechen. Es gibt Heilung. Und das ist inkludiert in der Erlösung. Es gibt Befreiung. Es gibt Befreiung. Es gibt Prophetie. Es gibt viele Dinge. Aber das wichtigste ist Jesus Christus. Denn alles, was wir empfangen, kommt durch ihn. Alles, was wir von Gott empfangen, kommt durch ihn. Deswegen müssen wir ihn kennen. Und Gott möchte, dass wir den Herrn kennenlernen. Ihr seht, es gibt so viele Christen auf der Welt. Aber die Frage ist, wie viele von denen kennen den Herrn wirklich? Einige kennen die Doktorien. Einige kennen die Kirchen. Einige kennen die Gemeinden. Einige kennen die Pastoren. Oder Aposteln. Oder Propheten. Sie sprechen über Menschen. Sie sprechen über Menschen. Aber nicht viele kennen den Herrn wirklich. Und Jesus hat gesagt, das ist das ewige Leben. Um ihn zu kennen. Nicht über ihn etwas zu wissen. Aber um ihn persönlich zu kennen. Das ist der wichtige Teil. Wir können die Bibel lesen. und etwas über ihn wissen. Aber nur durch den Heiligen Geist. Wir können ihn wirklich kennenlernen. Also muss die Bibel mit dem Heiligen Geist vermischt sein. Aber das Gebet muss mit dem Heiligen Geist einhergehen. Alles, was nicht im Heiligen Geist getan wird, ist im Fleisch. Und Gott akzeptiert das Fleisch nicht. Er akzeptiert nur alles, was durch den Geist geschieht. Also wir empfangen die Liebe des Vaters. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. In unseren Herzen. Und dann, wenn du die Liebe empfängst. Dann kannst du auch lieben. Niemand kann etwas geben, was er selbst nicht hat. Niemand kann etwas geben, was er selbst nicht hat. Es gibt Menschen, die versuchen den Herrn zu lieben, ohne die Liebe zu haben. Deswegen brauchen wir die Freundschaft mit Gott. Deswegen brauchen wir die Freundschaft mit Gott. You see through Jesus Christ. And his cross. There is always exchange. Our weaknesses. Go through the cross to him. Our sins. Our sicknesses. Everything bad from us. Goes through the cross to him. And from him comes everything good. Righteousness. Forgiveness. Healing. Deliverance. Blessing. Peace. Joy. Love. Everything comes from him. That's why we are so dependent. And not to forget the power. Because something is happening today. This spirit of death. Is working a lot in the world. killing people. Through different sicknesses. And especially cancer. I don't know but everyday I hear about people dying of cancer. And the amazing thing is this happens also in the church. And the amazing thing is this happens also in the church. But Jesus Christ paid the price. For us to be healed. For us to be healed. And we have to find the power. And we have to find the power. The power is available. But actually we don't know how to find it. This resurrection power of Jesus Christ has to come back to the church. You read. You read in the book of Acts. The church was not weak like us today. You see the apostles raised to death. They had healing services when everybody was healed. I mean that the apostles not only Jesus. For example you can see such service in Acts chapter 5. And everyone was healed. Everyone. Not one. Everyone. And this is something that belongs to the church. But we have lost it somewhere. We have to find it again. Why shall the dead kill Christians? We believe in the life. Jesus is the life. But the Holy Spirit is the spirit of life. But the Holy Spirit is the spirit of life. Our Father is the spring of life. Our Father is the spring of life. You can read in Jeremiah 2.13. That the Father is the spring of life. Jesus said I am the life. But the Holy Spirit is the spirit of life. But the Holy Spirit is the spirit of life. So life comes from the Father. And he is Jesus. And he comes to us through the Holy Spirit. And he comes to us through the Holy Spirit. If on the way there is some break. Then the life cannot come to us. Then the life cannot come to us. Some people believe in the Father. But do not accept the Son. And the connection is stopped. Some people believe even in the Son. But they do not believe in the Holy Spirit. Or do not allow the Holy Spirit to work. The connection is broken. Because all the Trinity is included in everything. You can accept the Father and the Son. You can accept the Father and the Son. But if you reject the Holy Spirit. You have rejected the Father and the Son. Jesus said whosoever receives me receives the Father. And he said about the Holy Spirit. I will give you another Comforter like me. Like me. And he will teach you. He will do everything necessary in my place. So if we do not accept the sended one. We do not accept the one that sends him. This is the reason why Jesus said. Whosoever accepts prophets in the name of the prophet shall receive reward of a prophet. So why is this? Because if you do not accept the sended one. Then you cannot receive the grace that comes with the sended one. You see with Moses. It is amazing. Yesterday I was listening about it. You see God sent Moses to Egypt to deliver the people. The God's people were in bondage. The God's people were in bondage. In Egypt they were in bondage. They were in bondage. And they were God's people. And today they are God's people in bondage. And we say no it is impossible. It is possible. It is possible. But it is possible. They were God's people in bondage. And that is why God sent Moses. And that is why God sent Moses. He did 10 miracles. 10. To deliver the people. By the power of God. Not only by words. Words do not help if there is no power. The devil is not afraid of words. Because the kingdom of God is not word but power. 1 Corinthians 4.20 Power. So he made the miracles. But still the Pharaoh didn't allow them to go to minister to God. To minister. And Moses said. Let my people go to minister to me. That is why they were God's people. They were ministering to Pharaoh not to God. They were God's people. And today they are God's people ministering to the world not to God. Because they are slaves. Because they are slaves. God's people are slaves. They ministering to the world not to God. And that is why Moses was sent. And the Pharaoh didn't allow them to free. And the Pharaoh didn't allow them to free. But then at the end the freedom came. How? By the blood of the lamb. It is amazing. More powerful than the miracles. The blood has more power than miracles. If we want to find the power of God. We have to find the power of the blood of Jesus. We need a revelation about this blood. What it means. What is done on the cross. What is done on the cross. In 1998. In 1998. In 1998. In 1998. In 1998. In 1998. As I was teaching nine sermons on the blood of Jesus. And the power of God came. And the power of God came. And the first person was delivered from epilepsy. And then again and again and again started the healings and deliverances. But it came when I was preaching about the blood of Jesus. We need this revelation. Because if you go to Revelation 12. Verse 10. In verse 10. In verse 10. The Bible speaks about. In verse 10. The Bible speaks about. Let me open there. It is Revelation 12. Yeah. The Bible speaks here about the accuser of the brethren. You see the accuser of the brethren is not God. We have to understand that. God is not accuser of your brother and your sister. Never. The accuser here you see who is. And then the Bible says in verse 11. That the brothers overcame the accuser. Praise Lord. There is victory over the accuser. And we are the brothers. And we can overcome the accuser. How we overcome the devil. And it says that he accuses them day and night. No rest. And he is accusing the brothers. Why? Because he hates them. He wants to kill them. He wants to destroy them. And mostly he wants to destroy their ministry. And he is working all over. Destroying people. Destroying families. Destroying ministries. Because when the ministry is destroyed, the work of the Lord is destroyed. He cannot hit God. God is almighty. But the weak point of God, we are. The children of God. We are the weak point of God. That's why the devil wants to attack us. In order to attack him. And when he attacks his children. He makes him grieved. Because he loves us. But the Bible says that there is victory over the devil. And it is amazing. We can live a life of victory. Over the accuser. But we have to be careful not to take part in the accuser's work. We have to do the work of God, not the work of the accuser. And then the verse 11 says that we overcome the devil. By the blood of the lamb. As in Egypt. The Pharaoh was overcome by the blood of the Passover lamb. Jesus Christ. So today the victory comes through the blood of the Passover lamb. Jesus Christ. And by the word of our testimony. That's why it's so important to speak it. Speak the word. Speak the truth. Not to stay silent. It is amazing when Goliath came against David. Ah, 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 ah. Who are you? Am I a dog that you come against me with a rock? And he cursed him in the name of his gods. But what the little David did. He said you come against me. You come against me with a sword. With a shield. But I come against you. I come against you. I come against you. I come against you. In the name of the Lord of hosts. In the name of the Lord of hosts. So he used the name of the Lord. That's why he overcame. So we have to react. We have to speak. In order to overcome. And he said today. God will give you. And the whole, your army. To me. And I will kill you. He said. And I will cut your head. And I will give your body. To the beasts of the field. You see he was prophesying by faith. He was speaking in the name of the Lord. And then he did it. But we overcome by the blood of the Lamb. And by the word of our testimony. Because we don't live our lives to death. You see it's amazing that fear of death makes people slaves. Many people in the world today are slaves because they are afraid of somebody. What will happen if. But the Bible says they live not their lives to death. And you can read later in your house. Hebrews 2, 14 to 16. Where it is said about Jesus Christ. That he through death. He through death. Overcame the devil. Who had power over death. You see Jesus through his death. Overcame the devil. And delivered all people. And delivered all people. That because of fear of death. Because of. Yeah. Because of. Because of. You see. God wants us free. You see. God wants us free. And the Bible says in John chapter 8 verse 36. And the Bible says in John chapter 8 verse 36. And the Bible says in John chapter 8 verse 36. And the Bible says in John chapter 8 verse 32. So he delivers us. And how he does it. And how he does it. Verse 32. In Vers 32 steht, es sagt, ihr sollt die Wahrheit wissen, erkennen, und dann die Wahrheit soll dich frei machen. Es passiert, wenn du die Wahrheit weißt. Jesus ist die Wahrheit. Das Wort ist die Wahrheit. Und es gibt eine Wahrheit über alle Sachen. Das heißt, wenn wir die Wahrheit kennen, dann sind wir frei. Halleluja. Praise the Lord. Ich möchte Gott danken für alles, was er tut. Es ist sehr wichtig, Jesus Christus zu kennen. Um sein Kreuz zu kennen und das Werk des Bluts des Lammes zu wissen. Das Wort Gottes ist sehr wichtig. Es ist wichtiger als alle Bücher. Es gibt viele gute Bücher. Aber sie haben auch einen gewissen Wert. Aber nur so weit, wie es gemäß der Bibel ist. Also heute müssen wir sehr vorsichtig sein. Denn es gibt eine starke Neigung zur Täuschung auf der ganzen Welt. Und wenn wir das nicht glauben, dann müssen wir lesen, was Jesus darüber gesagt hat. An vielen Stellen. An vielen Stellen. An vielen Stellen. An Beispiel in Matthäus 24. Jesus hat mindestens drei, viermal gesagt. Seid vorsichtig, dass ihr nicht getäuscht werdet. Also ich beziehe es vor, Jesus zu folgen, als einem Menschen, der sagt, macht ihr keine Sorgen. Also die erste Autorität ist das Wort Gottes. Die Schrift ist die Grundlage für alles, was Jesus getan hat. Als er auf die Erde gekommen ist, hat er alle Prophetien in der Schrift waren erfüllt. Die ihn betrachten. Damit er erfüllt wurde, was die Propheten vorher schon gesagt hatten. Also er hat gewirkt gemäß der Schriften. Als er den Teufel gegenübergestanden ist in der Wüste. Er hat zum Teufel auch gesagt, es steht geschrieben. Als er den Pharisäern gegenübergestanden ist, hat er auch gesagt, es steht geschrieben. Er hat immer darüber gesprochen, was geschrieben ist. Und das ist die erste Autorität. Also wir müssen das Glauben aus einer Schrift stellen. Himmel und Erde werden vergehen, aber diese Worte werden niemals vergehen. Der Heilige Geist ist sehr wichtig. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Leben. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Leben. Ohne den Heiligen Geist hat auch das Predigen der Welt kein Leben. Denn wir müssen durch den Heiligen Geist das Wort predigen. Denn wenn du die Bibel ohne den Geist predigst. Es wird entweder gesetzlich sein. Es wird entweder gesetzlich sein. Es wird entweder gesetzlich sein. Oder es wird ein Buch zum Buchstaben. Und in der Bibel steht, dass der Buchstabe töte. Aber der Geist gibt Leben. Deswegen ist das Bibel lesen. Deswegen ist das Bibel lesen. Deswegen ist das Bibel lesen. Und die Bibel predigen. Prägt alles in dem Heiligen Geist. Für all das brauchen wir den Heiligen Geist. Also sucht ihn in der Bibel. Sucht ihn in der Bibel. Sucht ihn als eine Person. Lerne wie du mit ihm gehen kannst. So wie Enoch mit Gott gegangen ist. Das ist das Kraftvolle Bibel. Das ist das Kraftvolle Bibel. Du siehst, Katrin Kuhlmann, zum Beispiel. Katrin Kuhlmann. Sie war eine Frau wie Berte. Sie war eine Frau, so wie? Ja. Sie hatte keine menschliche Kraft. 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 Ich meine, du siehst. Nicht große Muskeln. Sie war keine starke Frau körperlich. Aber der Heilige Geist hat sich so mächtig gewöhnt. Weil sie ihn gekannt hat. Und sie war mit ihm gegangen. Und sie hat ihm erlaubt, dass er sie gebraucht hat. Und sie hat ihm erlaubt, dass er sie gebraucht hat. Und weil sie gesagt hat, dass sie ihr ganzes Leben den Heiligen Geist unterordnen möchte. Amen. Das ist so wichtig. Und dann möchte ich noch zwei Dinge über die Muslime sagen. Ich habe das schon gesehen. Dass Muslime zu Christus finden durch zwei Dinge. Erstens durch Liebe. Denn in ihrer Religion, da gibt es keine Liebe. Denn in ihrer Religion, da gibt es keine Liebe. Denn in ihrer Religion, da gibt es keine Liebe. Okay? Und dann Nummer zwei ist die Kraft. Und zweitens, das ist die Kraft. Sie haben keine Kraft. Aber wir haben die Kraft. Aber wir haben die Kraft. Und der Heiligen Geist. Also wenn sie die Kraft Gottes sehen sehen. Sie sagen, ah, Jesus ist alive. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Sohn Gottes. Weil ihr Prophet tot ist. Weil ihr Prophet tot ist. Aber unser Herr lebt. Praise the Lord. So we have to learn how to live a life of love between ourselves. Also müssen wir lernen, wie wir ein Leben der Liebe untereinander leben können. Und ein Leben in Einheit. Im Geist. Nicht fleischlich. Keine Vereinigten Kirchen. Keine Vereinigten Kirchen. Aber Einheit im Geist. Okay. Und dann müssen wir die Negativität rausschmeißen. Zweifel rausschmeißen. Und wir müssen beginnen zu glauben. Gott glauben. Den Wort glauben. Mit dem Herzen. Glaube und Hoffnung. Wir müssen die Zukunft in die Zukunft sehen. Denn Gott hat für uns wunderbare Dinge vorbereitet. Und er hat wunderbare Dinge vorbereitet. Und er hat wunderbare Dinge für Gott vorbereitet. Glaubt nur. So wie Smith Wiggins Wort gesagt hat. Glaubt nur. Glaubt nur. Er hat das gesagt, was Jesus gesagt hat. Glaubt nur. Glaubt nur. Also zweifel nicht, glaube nur. Und dann gibt es noch drei wichtige Dinge. Ich möchte euch sagen, obwohl es einen großen Widerstand gegen Befreiung gibt. Es gibt Dämonen. Und es gibt Dämonen, die in Menschen wohnen. Und es gibt auch Dämonen, die in Christen wohnen. Also müssen wir lernen, wie wir beten können für Befreiung von Dämonen. Denn wenn wir es nicht lernen, wird es schwieriger sein, sie zu überwinden. Erinnert euch, wie Jesus sagt in Matthäus 12, 28. Er sagte, wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen ausbreite, dann kommt das Königreich Gottes über euch. Ihr seht, das Königreich Gottes kommt. Aber er hat gesagt, ich werde ein Königreich vertreiben und das neue wird kommen. Er hat gesagt, ich treibe ein Königreich aus durch den Geist Gottes. Und dann wird das Königreich Gottes kommen. Denn es ist schwierig, zwei Königreiche in einem Ort. Deswegen gibt es an vielen Orten keine Freiheit. Deswegen gibt es an vielen Orten keine Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir sprechen das Wort. Aber wenn wir nicht den Geist Gottes vertreiben, der Körper bleibt. Aber wenn der Heilige Geist funktioniert und die Menschen freistet, dann werden die Dämonen ausgefahren. Und dann wird das Königreich Gottes aufrecht. Und wir brauchen wirklich die Freiheit des Herrn. Aber die Befreiung ist nicht die Betonung. Der Heilige Geist ist der Schwerpunkt. Der Heilige Geist ist der Schwerpunkt. Denn er ist derjenige, der diese Dinge bedirken wird. Aber wir müssen glauben. Wir müssen sprechen. Wir müssen die Hände auflegen. Im Glauben. Im Glauben. Weil es hängt vom Glauben an. Ja. Wenn es keinen Glauben gibt, werden die Dinge auch nicht passieren. Und einige Leute sagen, in den Namen von Jesus, 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 in den Namen von Jesus. Weil der Name von Jesus muss mit Glauben verbunden sein. Nicht mit Zweifeln. Du musst es glauben. Du musst es glauben. Du musst es glauben. Aber du wirst es glauben, wenn du es in der Bibel findest. Erlaube dem Wort Gottes, dass es wirklich jede Festung in deinem Verstand verbunden wird. Und dann, mit der Glauben, wende es an. Denn es gibt so viele Menschen auf dieser Welt in need. Auch in den Gemeinden. Jeden Tag empfange ich Briefe von Menschen, die Hilfe brauchen. Bitte hilf mir. Wann kommst du wieder nach Bulgarien? Wann hast du Gottesdienste? Wann hältst du wieder Gottesdienste? Du siehst, unser Bruder dort. Er ist Bulgarischer. Er hat verstanden, dass wir Probleme hatten. Und deswegen ist der Mann hierher gekommen, um uns zu ermutigen. Er ist mehr als 1500 Kilometer gekommen, um das zu tun. Er ist nur gekommen, um uns zu ermutigen. Er ist nur gekommen, um uns zu ermutigen. Er ist nur gekommen, um uns zu ermutigen. Und hat um nichts zu ermutigen. Kannst du den Bruder sehen? Er heißt Wodimir. Er heißt Wodimir. Das ist der Bruder. Wir sind so berührt davon. Dass jemand so eine Entfernung auf sich nimmt, nur um zu sagen, ich stehe hinter euch. Ich möchte in der Situation auch nichts allein lassen. Was ich euch sagen möchte ist, wir brauchen die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Wenn wir sehen, dass die Menschen krank sind, dass sie gebunden sind von Dämonen. Meine Frau weiß, dass ich zu Hause weine. Ich weine um diese Menschen. Ich möchte so sehr, dass es den Menschen gut geht. Und wenn jemand kommt und sagt, das ist ja gar nicht möglich. Dämonische Probleme mit Christen ist ja gar nicht möglich. Sie haben keine Liebe für diese Menschen, sondern überlassen sie dem Teufel. Und kommen nur mit Lehren. Full of death, not of life. Aber Jesus war voller Barmherzigkeit. Und aus seiner Barmherzigkeit, daraus hat er die Menschen geheilt. Und die anderen haben gesagt, er spricht nicht mit dem Meister. Schrei nicht, er ist so beschäftigt. Aber Jesus hat sie geheilt. Weil er sie geliebt hat. Weil er sie geliebt hat. Und hat sie befreit, weil er sie geliebt hat. Das Wichtigste ist nicht die Manifestation. Sondern dass die Person danach frei ist. Und ich weiß nicht, ob wir das auf Deutsch übersetzt haben. Einige Zeugnisse. Aber wir haben erfahren, dass Menschen durch Gebet aus der Psychiatrie herausgekommen sind. Und diese Menschen sind heute gesund, weil der Herr sie befreit hat. Und sie kommen in die Gemeinden und sagen, wir suchen das. Niemand möchte mir helfen. Ich gehe zu einigen Geistern, die sagen, dass es nicht real ist. Die sagen, dass ich nur Glauben brauche. Aber ich bin in so einer schlimmen Situation. Bitte helft mir. Also Menschen schreien danach. Und wir als Gemeinde haben diesen Schrei zu beantworten. Und ihnen das wahre Evangelium von Christus bringen. Und dann werden die Gemeinden, die Menschen und die Gemeinden kommen. Die Menschen sind weise. Sie sehen, was in der Gemeinde passiert. Sie sehen nämlich, was in der Gemeinde passiert. Wenn der Honig in der Gemeinde ist, dann werden sie kommen. Und wenn der Honig in der Gemeinde ist, dann werden sie kommen. Und wenn der Honig in der Gemeinde ist, dann werden sie kommen. Wenn der Heilige Geist hier ist. Und wenn wirklich den geistlichen Nöten der Menschen begegnen, dann werden die Menschen kommen. Wir brauchen uns dann keine Sorgen. Es geht nur um die Einheit und die Liebe. Es geht nur um die Einheit und die Liebe. Wir haben das schon in der Welt. Das brauchen wir nicht in der Gemeinde auch. Also wir müssen anders sein. Wir müssen eins im Geist sein. Und in Johannes 17. Jesus betete sein letztes Gebet bevor er ging. Vater, ich bete, dass sie eins sind. So wie wir eins sind. Nicht eine Person, sondern eins im Geist. Das bedeutet wahre Einheit. Er hat gebetet, dass die Gemeinde eins ist, damit jeder glauben kann. Also lasst es nicht geschehen, dass wir durch kleine Dinge auseinander getrieben werden. Denn Liebe bedeckt vieles. Sondern lasst uns die Liebe und die Einheit bereiten. Im Geist. Das ist das, was ich euch sagen möchte. Also ich habe über Befreiung geredet und über Erneuerung des Geistes. Nicht nur über Befreiung, sondern auch über Erneuerung des Geistes durch das Wort Gottes. Und dann über ein Leben in Heiligkeit. Leute glauben nicht, wenn jemand sagt, dass es kein Problem mit der Sünde gibt. Denn Jesus hat uns die Medizin gegeben. Das Blut Jesu hat die Sünde überwunden. Und auch durch den Geist überwinden wir die Sünde. Aber das bedeutet nicht, dass jeder alle Sünden begangen hat. Es ist wieder so, dass ich kontinuierlich Briefe von Christen empfange. Die gebunden sind in Pornografie. Und in andere Sünden. Und die kommen damit nicht immer. Und sie bitten um Hilfe. Also sagt mir nicht, dass wir die Sünde schon überwunden hätten. Wir können sagen, es ist kein so großes Problem. Und Jesus hat gesagt, es ist schon ein Problem. Wenn du eine Frau begehrlich anschaust, ist das ein Problem. Und das ist Sünde. Und nicht nur das, sondern dahinter steht auch ein Dämon. Wir mögen das vielleicht nicht glauben, aber hinter Sünde stehen Dämonen. Und sie versuchen die Brüder. Und um siegreich zu sein, müssen wir die Sünde überwinden. Wenn wir die Sünde nicht überwinden, können wir nicht siegreich sein. Denn Sünde ist der größte Feind. Nicht der Teufel. Der Teufel ist der überwundene Feind. Aber Sünde können uns von Gott trennen. Und wie können wir singen, Heiliger Geist, Heiliger Geist, und der Heilige Geist ist gar nicht da? Denn wenn Sünde da ist, dann wird der Heilige Geist gar nicht kommen. Und darum brauchen wir das Blut Jesu, damit wir diese bösen Kräfte, die sie gebrochen werden. Und darum brauchen wir das Blut Jesu, damit wir diese bösen Kräfte, die sie gebrochen werden. Und deswegen brauchen wir auch die Befreiung von Dämonen. Denn manche Menschen haben einen Geist, der sie dazu bringt, diese schlimmen Dinge zu tun. Aber wenn wir überwinden, werden wir eine siegreiche Gemeinde haben. Without any spot. Dirt. Clean. Holy. As the Holy Spirit is holy. So we want the Holy Spirit. Let's live holy life. He loves holiness. And he hates sin. We have to say no to sin. No by the spiritual God. Not by flesh. By the spirit. Follow the spirit and you are not going to follow sin. So that's why we need holy living. Deliverance. Deliverance. Renewing the mind. And holy living. Victory in the name of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Christ. So I am very thankful. And I am very thankful also for brother Fabian and his wife are here. Can you stand up please? He lives with his wife? Yes, thanks. Of the Lord. They are living in the Jevetsk right there. Okay. So thank you very much for your filming. Also I am glad there is a family from Armenia. Kannst du den Ball stehen? Die ganze Familie. Die ganze Familie. Die ganze Familie. Die ganze Familie. So, es sind fünf oder sechs Kinder. Fünf Kinder oder wie viele? Sechs Kinder. Sechs Kinder und ja, sie kommen. Der Husband war letzte Mal hier. Willkommen hier. Vielen Dank für Ihr kommen. Wie kommen Sie? Wir sind froh, dass Sie da sind. Ich möchte euch ein kleines Zeugnis geben. Es ist erstaunlich, was der Herr tut. Der Herr hat Karin verwendet, die Frau von Philipp. Sie organisieren eine Ausstellung. In Ruhm? Ja, in Ruhm? In Ruhm? Ja, für Maria. Für Maria. Und in April. Und das ist wunderbar. Marie ist so glücklich. Sie ist so glücklich. Sie ist so glücklich. Ich möchte Ihnen vielen Dank. In Jesus' Name praise Sie. Halleluja. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich konnte nur noch nicht präsentieren, was ich vorbereitet habe. Aber Sie verabschieden mir das. Aber Sie verabschieden mir das. Nächste Mal. Nächste Mal. Nächste Mal. Nächste Mal. Es sind ein Beispiel лучше Mindest. Es gibt auch anderefish. Ich danke alle. Nächste Mal. Nächste Mal. Es wehr in der S again. Nächste Mal. Nächste Mal. Sıkten wir Ihnen sonst glücklich zusammen. Nächste Maduro. Wir freuen uns. und wir werden in Liebe verbunden bleiben und wir werden gespannt sein, was der Herr in Zukunft tun wird und ich sage, sei eins und bleib in der Liebe und Gott wird alles tun, helfe einander und so werde dir das Wort des Herrn erfüllen. Vielen Dank.